Hi, was machst du da? Die Batterien aufladen, die vom Auto und meiner eigenen. Oh, gute Idee. Aber da gibt es doch bestimmt noch mehr Möglichkeiten, oder? Ja, bestimmt. Und das seid ihr gefragt. Wir haben einen Online-Wettbewerb gestartet auf Filmmaker. Genau, bewerbt euch jetzt mit eurem eigenen Filmprojekt zum Thema Wie lade ich meine Batterien in 15 Minuten wieder auf? Macht jetzt mit! Hi, what are you doing? Hi? Ah! No, what? Ah! Hi, was machst du denn? BASF. We create chemistry. No, as is McKinsey, die hier. Was die für die in den Jahren could? Was stand da? 이렇게? Untertitelung des ZDF, 2020